Moin, Benjamin Bode hier, dein WordPress-Experte. Im heutigen Video zeige ich dir das Plugin iSEAM Security. Wie der Name schon sagt, es ist ein Sicherheits-Plugin und ich gehe Step-by-Step durch die Konfiguration von diesem Plugin und zeige dir, wie du mit iSEAM Security deine Webseite absichern kannst. iSEAM Security können wir kostenfrei nutzen und wie gesagt, ich leite dich dadurch anhand eines Praxisbeispiels. In meinem letzten Video, ich verlinke es einmal hier oben, habe ich gezeigt, wie ich umgezogen bin mit meiner Webseite zu Hostinger und jetzt ist es halt eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass eben halt keine Malware, keine Schadsoftware auf die Webseite kommt und in dem Sinne möchte ich iSEAM Security verwenden. Es gibt natürlich am Markt viele andere Sicherheits-Plugins, sei es die Ninja Firewall oder sei es Wordfans. Zu Wordfans habe ich auch schon einmal ein Video gemacht, auch das verlinke ich dir hier oben. Letzten Endes ist es Glaubens- und Geschmackssache, welches Plugin da besser ist. Schließlich werden die Plugins laufend weiterentwickelt und alle Plugin-Entwickler im Bereich Sicherheit haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass eben halt die Plugins die Webseite sicherer machen. Ob das dann der Fall ist, zeigt sich dummerweise immer erst hinterher, aber ich persönlich habe bei iSEAM Security ein sehr gutes Gefühl, dass die einen guten Job machen. In dem Sinne habe ich mich hier für diese Webseite für iSEAMS entschieden und wenn du das spannend findest, bleib dran, ich leite dich Schritt für Schritt durch. Du kannst das gerne auf deinen Seiten nachmachen, um auch deine Seiten abzusichern. Schritt 1, ich habe mich auf meiner WordPress-Webseite eingeloggt, bin nun gerade im Dashboard und jetzt werde ich zunächst das Plugin iSEAM Security installieren. Dazu gehe ich im Dashboard ganz einfach unter Plugins installieren und werde jetzt gleich in der Suche oben rechts iSEAMS eingeben. Also hier, wo Plugins durchsuchen steht, iSEAMS. Und jetzt wird mir eben halt hier schon das Plugin iSEAM Security eingeblendet. Wir sehen das hier mit dem Schild und wir sehen, es hat über eine Million aktive Installationen, 4,5 Sterne Bewertung, basierend auf 3907 Bewertungen aktuell. Und genau das Ding möchte ich jetzt installieren. Aus diesem Grund klicke ich auf jetzt installieren und anschließend werde ich das Plugin natürlich auch aktivieren. Nachdem das Plugin installiert und aktiviert ist, bin ich hier wieder zurück bei meinen Plugins. Und jetzt muss ich eben halt dieses Tool einmal konfigurieren, denn sonst hilft es nicht wirklich. Also man muss es schon einmal einrichten. Aus diesem Grund suche ich in meiner linken Spalte im Dashboard nach iSEAM Security. Da steht jetzt bei mir einfach nur Sicherheit, aber genau das ist das Plugin. Und da klicke ich einfach mal drauf. Anschließend werde ich weitergeleitet zu den Einstellungen von iSEAM Security. Das sehen wir hier. Und ich kann mich jetzt hier einfach durchklicken, um das Plugin eben halt einmal einzurichten. Das heißt, hier als allererstes werde ich schon gefragt, wofür verwende ich meine Webseite. In meinem konkreten Fall ist es tatsächlich eine E-Commerce Webseite, denn dort gibt es ein Shop-Modul, nämlich WooCommerce. Also muss ich hier in meinem Fall E-Commerce auswählen. Das ist so ein kleines Preset. Wenn du natürlich etwas anderes machst, zum Beispiel auf deiner Webseite nur einen Blog betreibst oder ein Portfolio hast, weil du Fotograf bist oder was auch immer, kannst du das hier dementsprechend eben halt auswählen. Ich werde ich gefragt, ob ich Enable Security Check Pro. Das möchte ich eben halt nicht. Ich glaube, das kann ich sogar machen, aber ich glaube, wenn ich das hier aktiviere, dann kommuniziert iSEAM Security im Hintergrund und tauscht sich aus, was eben halt nicht so 100% DSGVO-konform ist. Das heißt, ich lasse das jetzt hier einmal deaktiviert. Wir sehen auch hier, und wir sehen auch hier, hier steht es nämlich, wenn man das aktiviert, dann wird immer ein Request gesendet an die iSEAMS.com-Server. Das heißt, es wird eben halt Daten übermittelt, wenn ich das hier aktiviere, nach iSEAMS. Und wie gesagt, vorsichtig sein, Datenschutz. Also ich lasse es jetzt erstmal deaktiviert und sage hier Next. Jetzt werde ich gefragt, wer die Webseite gemacht hat und für wen ich das einrichte. Ich richte das ja für mich selber ein. Also klicke ich hier auf Self. Dann Select Your Customers. Und das ist interessant, wenn man jetzt zum Beispiel einen, nicht Blog, sondern so eine Art Forum hat, wo mehrere Leute etwas machen können, dann wäre das hier von größerer Relevanz. Für mich gerade ist das relativ irrelevant, weil bei mir die Kunden eben halt keinen Login-Bereich haben, wo sie selber etwas anlegen können. Ansonsten müsste man hier eben halt die Nutzerrollen einmal genauer festlegen. Ich sage jetzt einfach mal weiter. So, jetzt werde ich gefragt, wie das Ganze aussieht mit der Passwort-Policy. Und ich sage hier, naja gut, ich aktiviere es einfach mal, dass eben halt immer strenge Passwörter vergeben werden und es so eine Passwort-Policy gibt. Aber wie gesagt, spielt eigentlich eher eine Rolle, wenn du einen Online-Shop hast und dort Nutzer einen Login-Bereich haben und selber Passworts vergeben können. Dann ist das relevant. In meinem Fall ist es das eben halt nicht. Aus diesem Grund sage ich jetzt hier einfach, Next. Jetzt bin ich bei den Funktionen angelangt. Lustigerweise sehen wir auch hier diese halbdeutsche, halbenglische Übersetzung. Ja gut, ist halt so. Ich werde jetzt hier einfach mal die Einstellung durchgehen. Also geplante Website-Überprüfung will ich jetzt nicht haben. Ich werde meine Website-Überprüfung manuell machen. Das muss er nicht automatisiert machen. Wenn du sagst, du möchtest hier Website-Überprüfung planen, kannst du das gerne anmachen. Dann scannt er in regelmäßigen Abständen eine Website, sendet dir dann eine E-Mail. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Local Brute Force. Was ist das? Brute Force-Angriffe sind Angriffe, wo versucht wird, das Passwort einer Webseite zu erraten. Macht natürlich niemandem Spaß. Aus diesem Grund machen Computerprogramme das und die testen in Bruchteilen von Sekunden-Passwort-Kombinationen durch, um sich Zugang zu deiner Webseite zu verschaffen. Vielleicht kleine Hintergrundinformationen. Warum versucht man deine Webseite vielleicht zu hacken oder auch meine? Man will die Webseite nicht löschen, sondern man will auf der Webseite Weiterleitungen etc. platzieren, damit zum Beispiel Glücksspielwerbung auf deiner Webseite angezeigt wird oder Werbung aus der Erotik-Bronze. Ist natürlich für das eigene Geschäft sehr schädlich. Andere Leute freuen sich und versuchen das eben halt. Oder es werden Kundendaten abgegriffen. Auch das wäre möglich. Und aus diesem Grund versucht man eben halt, random Webseiten zu hacken. Und der häufigste Angriff ist eben halt die Brute Force-Attacke. Und hier guckt das Plugin eben halt ISIM Security, okay, ist das gerade so eine Attacke, wenn da jemand wie verrückt versucht eben halt das Passwort zu erraten. Das heißt, das hier haben wir an. Sicherheitsüberprüfung Pro. Ich war gerade der Meinung, wir hätten das gerade ausgestellt, aber wir sehen hier, es ist hier dummerweise wieder an. Das heißt, hier noch einmal kurz Blick drauf. Das müssen wir hier einmal deaktivieren, damit eben halt nicht kommuniziert wird zu den Servern von ISIM Security. Das gleiche gilt hier für Netzwerk Brute Force. Das geht dann wieder über diese Server, eben halt das Netzwerk Brute Force. Das heißt, da unterhalten sich dann alle Leute über den Server von ISIM Security, wo gerade Angriffe stattfinden. Ist natürlich eine tolle Sache. Ich deaktiviere das jetzt gerade mal für dieses Video, um das Ganze eben halt datenschutzkonform zu gestalten, dieses Video. Das heißt, natürlich ist es nicht erlaubt, dass sich da ein Netzwerk austauscht, wo Angriffe stattfinden. Musst du für dich selbst entscheiden, ob du es nutzt oder nicht. Dann haben wir hier noch die Zwei-Faktor-Anmeldung. Die stelle ich standardmäßig ein. Das mache ich hier wahrscheinlich erst hinterher nach dem Video. Was bedeutet Zwei-Faktor? Du kannst es aktivieren, kannst es dann einrichten. Das ist so ähnlich, wie wenn du Online Banking nutzt. Da ist es ja auch so, du gibst deine Daten ein und kriegst dann eine SMS oder du hast eine extra App, wo dir dann ein Code generiert wird, den du zusätzlich eingeben musst. Und das nennt man halt zwei Faktor. Es gibt eben halt zwei unterschiedliche Geräte, wo eben halt ein Code gesendet wird oder ein Passwort eingegeben werden muss, damit du freigeschaltet wirst. Und das erhöht natürlich nachweislich die Sicherheit enorm. Denn jetzt hilft es nichts, wenn jemand das Passwort von meiner Webseite per Zufall erraten hat, sondern er bräuchte dann vielleicht noch mein Smartphone, mit dem er zusätzlich den Code eingeben könnte. Gut, ich kann es jetzt auch einmal direkt live hier anmachen. Ich mache mich hier mal ein bisschen kleiner das Bild. Dann sehen wir hier nämlich dieses Next. Ich klicke auf Next, um weitergeleitet zu werden. Alles klar, zwei Faktor ist an. Local Bruteforce ist an. Netzwerk Bruteforce ist aus. Zeitcheck. Geplante Überprüfung habe ich erstmal ausgelassen. Sicherheitsüberprüfung Pro habe ich auch ausgelassen. Dann haben wir jetzt hier Benutzergruppen. Ich sage mal Standard, weil wie gesagt, Benutzergruppen, wenn es einen Login-Bereich auf deiner Seite gibt, dann wäre das von großer Relevanz. Bei mir ist das gerade relativ irrelevant. Ich sage deswegen einfach Skip Groups. Recommanded. Ich klicke da einmal drauf. Was können wir hier tun? Globale Einstellungen, Grundeinstellungen von iSteam Security. Ich kann hier festlegen, wer der Host ist. Er guckt praktisch die IP-Adresse nach. Jeder Nutzer im Internet hat eine IP-Adresse. Er sagt hier, er hat gerade diese IP-Adresse bei mir erkannt. Ich könnte jetzt hier einstellen, dass nur Leute mit den und den IP-Adressen Zugang haben. Möchte ich nicht, weil ich ab und zu auch von anderen IP-Adressen auf meine Webseite zugreifen möchte. Aus diesem Grund klicke ich hier auf Undo Changes und klicke dann auf Next. Jetzt bin ich im Bereich Benachrichtigung. Das heißt, hier müsste ich einmal angeben, falls etwas merkwürdig auf meiner Seite läuft und iSteam Security, das feststeht, an wen sollte eine Notifikation gesendet werden, dass man da vielleicht mal ein Auge drauf haben sollte. Und da macht es natürlich Sinn, wenn ich eine E-Mail kriege, wo drin steht, du, wir haben etwas Komisches auf der Seite festgestellt, guck mal nach. In dem Sinne gebe ich hier einmal ganz kurz meine E-Mail ein. Wenn du der Administrator deiner Seite bist, brauchst du das nicht, denn standardmäßig kriegt es sonst, wenn du hier nichts eingibst. Der Administrator, das steht hier auch, lassen Sie das Feld leer, um den WordPress-Standard zu verwenden. Und das ist derjenige, der als Admin hinterlegt ist, beziehungsweise in deinen ganz normalen WordPress-Einstellungen kannst du unter allgemeine E-Mail-Adresse angeben und diese wird dann eben halt hier verwendet. Ich sage jetzt hier mal Benjamin Bode und ich klicke auf Continue. Jetzt sind wir bei Secure Site angelangt. Wir gehen ja hier praktisch dieses ganze Ding einmal durch. Ich sage jetzt einmal Secure Site, beziehungsweise ich kann das Ganze hier noch ausfahren. Das sind die Einstellungen, die wir getroffen haben. Und diese werden jetzt angewendet, wenn ich auf Secure Site klicke. Ich klicke drauf, das Ganze dauert minimal. Jetzt stellt er das eben halt alles ein. Wir kriegen jetzt hier die Nachricht, dass er das alles der Reihe nach einrichtet. Und jetzt haben wir gleich auch schon den Großteil der Arbeit erledigt. Ich klicke jetzt hier einmal auf Finish. Ich werde weitergeleitet. Ganz großartig. Mir wird hier nochmal eingeblendet, warum Pro eine ganz tolle Idee ist von iSIM Security. Da muss ich eben halt Geld zahlen. Möchte ich nicht. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit der kostenfreien Variante des Plugins. Also lasse ich das Ganze so. Allerdings möchte ich dir noch ein paar Sachen zeigen, worauf wir hier ruhig unser Augenmerk einmal legen können. Und zwar gehe ich hier einmal auf Einstellung. Und jetzt, wo wir das zum ersten Mal eingerichtet haben, jetzt auf Einstellung sind, kommen wir hier in so eine Art Dashboard. Und jetzt kann ich hier eben halt alles nochmal nachgucken und fein justieren. Und das macht auch Sinn, das Ganze einmal zu tun. Also in dem Sinne möchte ich dich hier einmal ganz kurz mitnehmen und dir zeigen, wie ich das jetzt eben halt hier noch einstelle. Also Benutzer dauerhaft aussperren. Das heißt, Leute, die versuchen mich zu hacken, werden eben halt nicht mehr reinkommen. Dann haben wir hier Dateiänderungen. Und überwache die Webseite auf unerwartete Dateiänderungen. Das macht natürlich total Sinn. Das aktiviere ich. Das heißt, das iSIM Security stellt fest, wenn auf einmal Programmcode von WordPress verändert wird oder verändert wurde oder verändert werden soll. Also das hier einmal aktivieren, macht durchaus sehr, sehr viel Sinn. Dann haben wir hier Datenbank-Backups. Das heißt, er macht automatisch oder das Plugin macht automatisch Backups von der Datenbank, was durchaus auch Sinn macht. Falls da eben halt mal Schadcode irgendwie kommt, hat man immer das Backup der Datenbank. Dann haben wir hier den Reiter Enforce SSL. Das aktiviere ich. Das heißt, es wird per Gewalt dafür gesorgt, dass eben halt nur verschlüsselt mit SSL kommuniziert wird. Das möchte ich haben. Local Brute Force war, wie gesagt, diese Hackerangriffe, wo versucht wird, das Passwort zu erraten. Lasse ich an. Geplante Webseite-Überprüfung. Wie gesagt, kann man an- oder ausmachen, wie man das mag. Ich starte das sonst bei mir immer manuell. Können wir aber auch anmachen, dann macht er das eben halt automatisch. Netzwerk Brute Force und Sicherheitsüberprüfung Pro lasse ich aus Datenschutzgründen erstmal aus. So, dann haben wir hier noch zwei Faktor. Und jetzt gehe ich hier eben halt der Reihe nach die ganzen Sachen einmal mehr oder minder durch, beziehungsweise ich überspringe das meiste. Ich gehe jetzt hier einmal direkt auf Konfigurieren. Und das ist vielleicht noch auch sehr wichtig anzupassen. Wir sehen jetzt hier Minutes to Logout. Das heißt, man hat festgestellt, dass jemand versucht hat, die Seite zu hacken. Ein Computerprogramm. Und jetzt ist die Frage, wie lange wird das jetzt im ersten Schritt ausgesperrt? So, in Minuten steht jetzt hier 15 Minuten. Und wie lange wird sich daran erinnert, dass das jemand versucht hat zu hacken? Steht hier eben halt 7 Tage. Und was ist die Aussperrungsschwelle? Also wie viele Anmeldeversuche hat man? Drei. Man kann das Ganze jetzt natürlich hier noch weit nach oben setzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, du pass auf, erinnere dich doch 30 Tage lang, wenn jemand wie verrückt versucht, das Ganze hier eben halt zu hacken. Und wenn jemand ausgesperrt wird, dann wird er gleich für 120 Minuten ausgesperrt. Aber wichtig, diese Einstellungen immer mit bedacht, die gelten dann natürlich auch für uns. Das heißt, wenn ich mal einen umnachteten Tag habe, weil ich vielleicht ein Bier zu viel am Vortag getrunken habe, drei Mal hintereinander mein Passwort eingebe, bin ich für die nächsten 120 Minuten erstmal gesperrt. Und wenn ich das Ganze ein paar Mal wiederhole, kann es sein, dass ich für einen ganzen Monat gesperrt werde. Also das muss man natürlich im Hinterkopf halten. Dieses Plugin unterscheidet da nicht. Das heißt, wenn ich derjenige bin, der hier eben halt Mist eingibt, dann trage ich da auch die Konsequenzen. Ich gehe auf Speichern. Hervorragend, hervorragend. Das Ganze haben wir jetzt hier einmal gespeichert. Jetzt haben wir hier noch den Reiter Login Security. Alles gut. Dann haben wir hier die Aussperrung. Dann sehen wir hier dauerhaft gesperrte IP-Adressen, wie viele er davon eben halt speichert. Dann haben wir hier noch den Reiter Local Brute Force. Maximale Anmeldeversuche pro Host 3. Maximale Anmeldeversuche pro Benutzer 10. Das würde ich jetzt hier auch einmal auf 3 setzen. Und das Ganze hier einmal speichern. Dann haben wir hier den Zeitcheck, wo eben halt geguckt wird, ob es Dateieninnerungen gibt. Welche Dateien werden alles durchsucht, aber das passt alles. Dann haben wir hier noch Utilities. Backup Methode per E-Mail. Okay, hier kann ich eben halt die Backups planen für die Datenbank. Und jetzt haben wir hier noch die Benachrichtigung. Wann will ich Benachrichtigung kriegen? Wer kriegt die Benachrichtigung? Macht ja auch Sinn. Mein Tipp, ich deaktiviere das bei mir immer, weil ich sonst leider einen Vogel kriege, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es macht mir gar keinen Spaß bei den Webseiten, die ich betreue etc., wenn ich bei jeder Kleinigkeit immer eine Benachrichtigung kriege. Und meistens steht dann drin, ja, alles ist toll oder ein Sicherheitscheck wurde jetzt durchlaufen. Und dann denke ich mir immer so, ja, toll, dass ich das jetzt gekriegt habe, aber hat mich jetzt nicht weitergebracht. Das heißt, guck dir das Ganze in Ruhe an. Brauchst du das oder nicht? Ansonsten spammt dich dieses Plugin zu und das willst du ja auch nicht. Also unter Benachrichtigung einmal in Ruhe durchlesen, was da steht und dann überlegen, will ich das bekommen, ja oder nein. Wenn du es nicht bekommen willst, dann einfach deaktivieren. Jetzt noch einmal hier unten siehst du noch Erweitert und Tools. Ich klicke jetzt einmal auf Erweitert, aber wie gesagt, wir sind schon fast am Ende angekommen. Aber das hier ist auch nochmal schön. Wir sehen File Access, das Ganze, die Systemdateien werden geschützt, Verzeichnisse durchsuchen und deaktivieren. Also man kann auch nicht von außerhalb die Verzeichnisse durchsuchen. Dann PHP Execution. Du weißt wahrscheinlich, WordPress basiert auf PHP als Programmiersprache und da steht jetzt eben auch, dass alles in PHP eben halt durchsucht wird und man nicht einfach irgendwelchen PHP-Code ausführen kann. Das ist wichtig, damit eben halt Chartcode nicht einfach ausgeführt werden kann. Haben wir hier noch WordPress-Optimierung. Hier steht jetzt Dateieditor deaktivieren. Das ist aktiviert. Jetzt magst du dir vielleicht denken, oh mein Gott, dann kann ich ja gar nicht arbeiten. Nein, stimmt nicht. Du hast standardmäßig in WordPress die Möglichkeit, wenn du hier auf Plugins gehst, ich muss einmal ganz kurz gucken und auch bei Design Themes war es glaube ich auch, hast du sonst hier die Möglichkeit, bevor wir dieses Plugin installiert hatten, stand hier Themes editieren und hier steht Plugins editieren und du kannst dann hier vom Dashboard aus manuell in den Code deiner WordPress-Installation eingreifen. Höchstwahrscheinlich macht man das nicht und man kann das ja jetzt immer noch tun, aber eben halt nur über einen FTP-Zugang oder man muss ja eben halt diesen Haken wieder wegmachen, dann kann man hier wieder in den Dateieditor rein. Ich kann das einmal simulieren. Ich mache hier einmal diesen Haken weg, nur damit wir jetzt gleich einmal den Unterschied sehen. Ich klicke auf Speichern. So, und jetzt, wenn ich hier drüber gehe, dumme Vorführeffekte, also manchmal gibt es so Vorführeffekte, wo ich mir sage, das kann doch gerade gar nicht sein, aber normalerweise sollte der jetzt hier gleich sein. Ich kann das Ganze hier einmal in einem neuen Tab öffnen. Vielleicht liegt es daran, dass einfach nur das WordPress-Dashboard einmal neu geladen werden muss. So, und wenn ich jetzt hier über Design gehe, siehst du hier den Theme-Dateieditor. Schau. Und bei Plugins siehst du den Plugin-Dateieditor. Und wenn ich jetzt hier mal auf Theme-Dateieditor draufklicke, einfach nur, um dir das einmal zu zeigen, dann siehst du, ich kann hier direkt in den Code meines Themes eingreifen. Wir sehen hier oben das Hello Elementor-Theme. Wir sehen hier die ganzen Dateien und jetzt könnte natürlich irgendein Schlingel daherkommen und hier eben halt unschöne Sachen hineinprogrammieren. Und damit das eben halt nicht der Fall ist, kann ich jetzt hier sagen, Dateieditor deaktivieren, speichern und anschließend ist diese Funktion hier in meinem Dashboard eben halt nicht mehr verfügbar. Dann, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier die XML-RPC-Schnittstelle. Und das ist eine Schnittstelle, die standardmäßig in WordPress verbaut, die ist aber total vereilt, die wird gar nicht mehr genutzt oder fast gar nicht mehr genutzt. Aber die meisten Dudeforce-Angriffe und Angriffe auf deine Webseite werden mit hoher Wahrscheinlichkeit über diese Schnittstelle erfolgen. Wenn wir die Schnittstelle nicht brauchen, aber die Schnittstelle ein Sicherheitsrisiko ist, was sollte man denn tun? Ganz genau, man sollte diese Schnittstelle einmal deaktivieren. Und genau das können wir eben halt hier auch tun. Hier steht jetzt gerade Enable. Wir wollen das nicht. Wir gehen einmal auf Disable und haben damit diese Schnittstelle deaktiviert. Natürlich solltest du da anschließend einmal gucken, ob alles noch auf deiner Seite läuft, aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird alles auf deiner Webseite funktionieren. Es sei denn, du hast eine richtig ureilt Webseite und jahrelang nichts gemacht, dann könnte es Probleme geben. Aber ansonsten braucht man diese Schnittstelle eben halt so gut wie gar nicht mehr. Gut, einmal speichern. Dann, was haben wir hier noch? Backend verstecken. Was ist denn Backend verstecken? Wenn ich hier drauf klicke, also vorher wird es nicht angezeigt, ich klicke hier drauf, erkläre ich das. Also, wenn man sich in eine WordPress-Webseite anmelden will, um zur Anmeldemaske zu gelangen, was gibt man da ein? Richtig, du kennst es. Man gibt die Website-URL ein, ein Schrägstrich und nach dem Schrägstrich kommt wp-admin oder wp-login. Und immer, wenn ich das eingebe, komme ich in WordPress zur Anmeldemaske, wo ich dann meinen Benutzernamen oder meine E-Mail eingeben muss und mein Passwort. Dass man so leicht zur Anmeldemaske von WordPress gelangt, das weiß natürlich jeder Hacker und kann dementsprechend seine Computer-Tools, seine Programme anpassen, weil keiner hat ja Lust, das manuell zu machen. Jetzt wäre es ja verdammt clever, wenn wir das wissen, dass wir das abändern und nicht mehr unsere WordPress-Login-Bereich unter wp-login oder wp-admin haben, sondern zum Beispiel unter 1, 2, 3 schöne Webseite oder super coole Webseite oder was auch immer. Also nach unserem eigenen Gusto eben halt hier etwas vergeben und genau das können wir hier tun. Hier siehst du es, Anmelde-Titelform, hier steht hier wp-login. Das kann ich jetzt aber ändern in was auch immer ich möchte, zum Beispiel in, also ich habe das jetzt geändert in super minus sicher 1, 2, 3. Und wp-signup-php, das solltest du hier lassen, das ist eben halt das php-Skript, was ausgeführt wird, damit du dich überhaupt in WordPress anmelden kannst. So, dann können wir hier noch eine Redirection eingeben, wohin soll man kommen, wenn man das fertig hat. Ich klicke jetzt einmal auf Speichern, ganz wichtig, wenn du hier etwas änderst und du willst ja später noch in deine eigene Webseite kommen, notiere dir das, weil sonst könnte es echt doof werden. Okay, bevor wir jetzt testen, ob das Ganze auch funktioniert hat und ich mich tatsächlich unter einem anderen, unter einer anderen URL in WordPress anmelden kann, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit zeigen, weil ich weiß, in den Videokommentaren kommt das sonst garantiert. Und zwar, wenn man Ninja Firewall verwendet, ein Konkurrenzprodukt zu iSIM Security, dann werden die Daten über jene Nutzer, die ausgesperrt wurden und über alles, was protokolliert wird, dann wird das in eine extra Textdatei geschrieben, weil die Textdatei schneller lädt, die Webseite weniger verlangsamt, als wenn man diese ganzen Informationen direkt in die WordPress-Datenbank schreibt. Stellt sich die Frage, was macht eigentlich iSIM Security? Macht es die Webseite langsamer? Ja, nein. Schreibt es die Daten in die Datenbank oder in eine extra Datei? Das können wir hier in iSIM Security selbst konfigurieren. Dafür gehen wir einmal unter Konfigurieren, Globale Einstellung und wenn wir jetzt hier einmal kurz gucken, dann sehen wir die ganzen Errors, alles, was da ist, wird protokolliert, das Logging und wir sehen, es wird gerade in die WordPress-Datenbank geschrieben. Dann steht hier unten drunter auch noch ein Erklärtext, warum Datenbank vorteilhaft ist und warum vielleicht eine externe Datei vorteilhaft ist. Beides hat Vor- und Nachteile. Die Datenbank kann besser ausgewertet werden und man kann besser gucken, Mensch, wo gibt es Schwierigkeiten? Dafür macht es die Seite minimal langsamer. Die Textdatei, wenn man da einfach Daten reinschreibt in eine externe Datei, funktioniert das schneller, aber die Auswertung ist wesentlich schwieriger. Kann man hier auswählen, wenn ich sage, nee, Datenbank soll es nicht sein, dann kann ich hier sagen, nur Datei und wenn ich sage, ich möchte beides, dann kann ich hier auf beides klicken. Ich bei mir lasse die Datenbank. Warum? Ich bin kein Zalando. Dieses ganze, oh, es macht die Webseite langsamer, wirkt sich meiner Meinung nach nur wirklich aus, wenn du richtig, richtig viel Traffic auf der Seite hast. Weil die ganzen Datenbanken und ganz WordPress ist schon relativ performant. Und die Einschränkung oder die Verlangsamung durch dieses Tool, ICM Security, die ist so minimal, die kriegt man gar nicht mit. Wenn du natürlich ein Zalando bist und bei dir pro 10 Minuten über 1000 Leute zugreifen, ja, dann summiert sich das natürlich auf, dann wird es kritisch. Dann kann man das hier ändern. Aber da ich so viel Traffic nicht habe, lasse ich das auf den Standardeinstellungen nur Datenbank. Das reicht für mich komplett aus. Also vielleicht das als Hinweis, weil sonst kommt das garantiert wieder in den Kommentaren und dem Ganzen möchte ich doch einmal vorweggreifen. Gut, eins noch, du hast hier oben in der schwarzen Leiste Sicherheit und wenn es irgendwelche Sicherheitsprobleme gibt, werden die dir hier angezeigt. Schön gut, ich öffne jetzt einmal ein Incognito-Tab, neues privates Fenster und wir testen einmal. Wir haben hier das Backend verschoben, das heißt, wenn ich jetzt meine Domain als slash wp-admin eingebe, dann dürfte ich nicht mehr zur Anmeldemaske gelangen. Wir testen es aus. Ich habe jetzt meine Domain und wp-admin eingegeben und wir sehen, ich werde zu einer 404-Seite geleitet, beziehungsweise diese Seite konnte nicht gefunden werden. Und automatisch steht jetzt hier not found. Ich kann das gleiche nochmal machen mit wp-login, aber auch dann sollte hier eins zu eins das gleiche als Ergebnis eben halt auftauchen. Und wir sehen es wieder, not found. Wenn ich mich anmelden will, dann muss ich das nehmen, was ich vorher konfiguriert habe, nämlich super sicher 1, 2, 3, wenn ich mich richtig entsinne. Wir testen es einmal aus und jetzt komme ich zu meiner Wordpress-Anmeldemaske und kann mich hier in meine Webseite einloggen. Also ganz wichtig und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand kennt, außer mir und jetzt du, aber ich werde es im Nachgang hier nochmal ändern nach dem Video, die ist ja äußerst gering. Also in dem Sinne, ich kann meinen Incognito-Tab wieder schließen. Wir sehen, das Ganze hier funktioniert. Wenn ich mich jetzt hier auslogge, aus Wordpress, wirklich auslogge und dann wieder anmelde, dann werde ich jetzt weitergeleitet zur Konfiguration der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch das kann ich dir einmal zeigen. Ich melde mich hier einmal ab. Ich melde mich erneut an. Wie gesagt, die Daten werde ich hier ändern. Und jetzt kommt eben halt das Setup für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Jetzt kann ich dem Ganzen hier folgen, kann Zwei-Faktor einrichten und habe dadurch eben halt einen zusätzlichen Sicherheitslayer. iSEAM Security ist nun auf meiner Seite eingerichtet. Damit ist der Sicherheitslevel der Webseite deutlich erhöht und ich sollte damit hoffentlich von Schadsoftware und Hackerangriffen verschont bleiben. Du kannst das Ganze nachmachen. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen klären hinsichtlich eines Sicherheitsplugins wie iSEAM Security. Meine Empfehlung auf jeden Fall iSEAM Security oder alternativ Wordfans. Mit Sicherheit sind andere Security-Plugins auch nicht verkehrt und nicht schlecht. Natürlich sollte man immer nur ein Security-Plugin verwenden, wenn es eben halt so umfangreich ist, da die sich sonst ins Gehege kommen und es da möglicherweise Reibereien gibt. Das heißt, es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung und man sollte jetzt nicht mehrere Lösungen verwenden, sondern eben halt sich bewusst für eine Lösung entscheiden. Wichtig ist natürlich das richtige Konfigurieren, das heißt genau lesen, was dort steht, es dementsprechend anpassen. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten Einblick gegeben, ein Tutorial, eine Anleitung, die du gerne nachmachen kannst. Wenn es für dich hilfreich war, gib doch einen Daumen nach oben. Gerne kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen und würde mich riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.